Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide in World of Warcraft. Heute geht es um deine Vollkrabler Taxi Kirmes. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Ashkaet bzw. im Untergebiet Stadt der Fäden bei etwa 71,50. Also hier an dieser Stelle, denn dafür benötigen wir dieses Taxi, welches immer im Uhrzeigersinn eine kleine Runde abfährt. Die werde ich hier jetzt schnell abfliegen. Also hier an dieser Stelle macht er dann eine Pause, dann fährt das Taxi bis zu dieser Stelle, macht hier ebenfalls eine Pause oder eben auf der Map hier. Dann fährt das Taxi hier nach oben, macht hier ebenfalls eine Pause, fährt dann weiter und dann macht es hier an dieser Stelle eine Pause. Auf der Map befinde ich mich gerade hier und dann fährt es hier nach unten, macht hier an dieser Stelle etwa eine Pause auf der Map und dann wieder ebenfalls hier nach unten, um eine ganze Runde absolvieren zu können. Wenn ihr das Taxi nicht seht oder vielleicht nicht einsteigen könnt, müsst ihr eventuell die Kampagne fertig spielen, damit das Ganze wirklich schön abläuft. Weil es kann sein, dass ihr vielleicht, wenn ihr da die Kampagne nicht durchgespielt habt, dass ihr plötzlich von den Wachen rausgeschmissen werdet oder sonst irgendwie etwas passiert. Aber eben das Ziel ist halt einfach eine ganze Runde hier absolvieren zu können. Deshalb werde ich hier jetzt gleich einsteigen und das natürlich eher im Schnelldurchlauf zeigen. So, derzeit ist jetzt noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen. So, den Erfolg haben wir jetzt bekommen. Die ganze Runde hat jetzt circa vier bis fünf Minuten gedauert, also eben einen kleinen Zeitaufwand ist da mit dabei. Aber eben, wenn man das dann erledigt hat, können wir natürlich auch wieder hier aussteigen. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei, diesen Erfolg ebenfalls zu erlangen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Erfolg dabei und viel Spass. Bis bald!